Machen wir, äh, dope. Sirena? Test? Test, hallo? 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 Hallo, hallo, ich bin noch da. Du bist schuld, ne? Dass ich nicht mit Swissair fliegen kann diesmal, ne? Ja. Sag, ja, ich, Sirena, bin schuld. Achtung, jetzt kommt deine Geldbewerbung. Ja. Sag nochmal deinen Namen fürs Protokoll. Ja, ich soll mal nur schuld. Ja. Weil Swissair ist wirklich so goated, ohne Spaß. Viel besser als Lufthansa. No front an Lufthansa. Doch, eigentlich doch front. Ich hasse Lufthansa. Ist todesteuer, kommt immer zu spät. Und ist auch nicht gut. Ja, 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 ja. Juckt mich gar nicht. Trotzdem deren Schuld, sag ich. Ja, ich seh's. Ich hab ja gute Ping. Guck mal, wie schnell die Leute hier down gehen mit Pistol. Krass. Wo ich nix sehe. Das ist verrückt. Brauch ich die Platten. Krass. Danke. Andere ist irgendwo rund reingeplumpst. Oh. Hier ist noch einer, ich hör ihn. Ich sag ehrlich, Ryan ist größer Lufthansa. Der hat's all you. Nein, aber nein. Ich hab nur eine Pistole. Seh ihn nicht. Wo ist er? Ich hab ihn gerade gehört. Er ist hier unten. Dr. Dizzle, danke. Achso, sorry. Dizzle, danke für 35 Monate. Oh. Danke, Dr. Dizzle. Dr. Dizzle. 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 Rückflug. Rückflug. Ja, Rückflug bin ich. Und ich sag euch ohne Spaß. Das war so krass. Also erstmal waren alle Stuart, Desten und Stuart. Nennt man die Wendischen eigentlich Stuart? Einfach nur? Nee. Auf jeden Fall waren die... Also da war so ein Typ, ich höre, er war so good looking. Er saß direkt vor uns. Der war wirklich hella fresh. Der sah so ein bisschen aus wie Johnny Depp Prime. Der hatte auch so Ringe überall und so. Digga, er war ein mies fresher Typ. Wir haben uns die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Und er meinte auch so, dass, wisst ihr, er sehr krass ist. Wenn er jetzt schon... Bitte mich nicht töten. Ja. Einer ist hier unten. Alter, warte mal. Was ist denn hier eigentlich alles an Loot? Da hatte ja irgendwie alles, der Typ. Zwei unter uns, ne? Habt ihr angefragt mit C4? Die sind desorientiert. Nice. Da ist hier noch on me. Nice. Stark. Ja, auf jeden Fall war das wirklich krass. Der hat goldene Gasmaske, der hier. Der hat goldene Gasmaske, der hier. Das war ein Flugbegleiter. Der hat goldene Gasmaske noch nicht genommen. Ja. Die hatten alle so'n süßen Akzent. Da hinten ist was. Links. Die kommen, die kommen. Ich brauch dich. Hilfe. Der steht da. Vor mir. Wenn der pusht, hab ich. Gut angesnipet von woanders. Lass den outhitten. Gut gesnipet. Durch die Wand. Von hinten. Bin safe. Aber er hat mich von links. Ich seh den Typ. Ich seh den. Da bin. Mein Gott, von da oben ist was. Er kommt. Er pusht. Er pusht. Ja, geht gut. Schnell, schnell, schnell. Die anderen kommen auf. Danke. Mein Problem. Die stehen da, ne? Ich bin gesptert. Das Spiel ist so sche... Es hat mich. Oh mein Gott, mach hier kurz eins gegen fünf. One sec. Ich seh und hör aber nix, deswegen muss ich jetzt einfach meinem Geruchssinn folgen. Boah, also this ping, get me on it every day, crazy, ist nicht mal gut der Ping, den ich hab. Aber alles so smooth connecting. Das Gas kommt näher, Sicherheitszone wird verlegt. Komms, Gimmi, komms. War nur Spaß, ganz reden, juckt mich nicht. Oh mein Gott. Hier ist ein Gulag-Token, da kannst du wieder Gulag verlieren, wenn du willst. Ich hab doch grad gewonnen. Achso, nice. Dann kannst du noch mal gewinnen. Julian, Priesi sei ja für drei Monate mit Perm. Ich wollte so quinch wie möglich gerade machen, Chat. Deswegen bin ich, hab ich, bin ich kurz, hab ich so gemacht. Das lag voll irgendwie die ganze Zeit, weiß nicht wieso. Das ist ganz schlimm am lag bei mir. Ja. Oh Mann, Scheiße, tut mir leid. Scheiße. 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 Das Gas kommt immer her. Wollte ich sagen. Ähm. Weiß ich nicht? Ich weiß auch nicht mehr. Hast du ne SIP? Ähm. Ja, hab ich glaube ich sogar. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Okay. Komm kurz, loadout. Das hat doch kein loadout. Äh. Ne. Das loadout von dem Typ halt. Ah, die neue Beine rüberpacken ist wirklich krass. Wirklich. Oh. Bin ganz wohl gestorben. Ja. Ich hab doch Moneybox fürs Mord. Ah. Ja. Hier wurde jemand gekauft. Direkt von. Ich. Kriegst du den? Weil ich hab da eigentlich keinen Bock zu landen. Es ist ja nur einer. Was? KGB einfach. Bild. Ist das da was? Links? Ne. Hinter dir ist einer. Oh ja. Links von dir, siehst du? Ja. Ja. Die ist ja nicht gestorben. Oh fuck. Alter, der hat doch save Spezi Bonus. Oder so. Wie hat der sich gerade gerest? Der hat der Rest Weste. Hä? Warum war der so alleine? Hier ist noch ne Flair, nehm ich mit. Auch noch ne Flair. Ich hab zwei jetzt. Ich hab auch zwei. Nice. Chris, dankeschön für 22 Wunderte mit Prime und Chris 17 mit 12 Wunderte mit Prime. Digga, das ist ja crazy. Dankeschön Chris's. Chris resubbed und nein resubbed Chris 17. Dankeschön Jungs. Besser Name Chris. Ist das ein High oder Low? Dankeschön. Das Spiel 7-7. Aber ist das High oder Low? Das steht hoch im Spiel, aber es geht halt bis 20. Also ist schon so mittel würde ich sagen. Mittel. Mittel. Okay, die hier gehen auf den Bunker, glaube ich. Mit dem Heli. Direkt vor dir. Die sind tot. Die sind tot. Die sind tot. Die wurden ein bisschen gefickt von mir. Weiß ich ob hier noch einer ist. Ich glaub einer müsste es noch sein. Ist er weggenaufen oder was? Ich weiß halt nicht, ob ich da so fighten würde. Weiß ich ob deine Mates einfach hier rein drin sind. Jaja, die sind hier unten. Die sind unten. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. So. Lebe ich noch. Komm zu dir. Das dauert nicht. Mit dem Bunker unten. Der unten im Bunker. die so die das posten ist irgendwo an mir weiß aber wird sich wahrscheinlich geselft haben oder so sein dass jetzt noch einer hinter uns kommt ich muss doch auch als gut den habe ich kann sein dass der andere wieder kommt warte er macht selbst er ist hier bei mir der andere hab an alles gut ich bin noch da wo ist der kleine schatz da er war full plate einer der hat sich halt geplätet mike bt bonus warte mal lag hier nicht irgendwo eine keycard ich hab eh so viel cash money 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 vielleicht hatte der hier auch noch ein wer eingeladen müsste eigentlich auch spezi haben oder hat sich voll schnell geräst auch auf jeden fall alles schwitzer ob die hier alles auf hier sind diese schuhe auch alles voll mit den schuhen keine ahnung okay lass uns äh sippen ähm mo danke noch für drei monate mit prime vielen vielen dank und assface hoffe namens nicht programm immer noch danke für den sechsten ich hab mich zum bau die du nämlich homer okay wer macht das einer ist irgendwie hinter mir in der luft der will gerade die zip hitten oder nicht der typ hier der steht da einfach oben wenn man da ins Fenster guckt man sieht einfach gar nichts muss er was angeschaut die ganze zeit von links irgendwo von mir aus einer unter mir der ist zwischen hier zwischen den häusern hier ist noch hier liegt alles voll mit flares ich hab schon zwar einer ist da noch ja aber da ist immer noch der bounty mach ich hab ihn gedingst bitte komm da raus neun sekunden noch wir brauchen das geld ja ja hab ihn money 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 komm mal her hol dir mal gleich beim shop was ich hab nur die platten hier ja habt ihr gejobbt das zum shop hier nimm mal bisschen geld von mir aber ich kann eigentlich so machen ne geht schneller ähm und dann kauft ihr mal schwezi bonus einfach kann man sich schwezi bonus kaufen ja ja einmal am shop für 30k glaube ich hallo brandon hallo brandon benefHerr näine neem neben う stos den der willig habe ihn noch einer habe er ein bisschen weg nice Ist sie von der andere seite abgeschossen auf die aus ich würd sagen wir nehmen die big peanut Bounty an und nutzen einfach die Zip. User, danke für 24 Monate. Wollen wir die Links ab, ne die gehen nach rechts hier die. Guck mal, die sind hier. Ich lande, ich lande jetzt einfach und schieße dann aus der Luft den Letzten. Freakill. Der da hinten erst minimal nur, lohnt nicht zu gehen. Wie geht das Maurice? Wie geht's Maurice? Ja gut. Ich mach dir ne Drohne an. Sag, das ist ja a full house bei dir. Wo? Da hinten. So, er ist so full alles gerade. Ich hab halt keine Platten fast. Lass mal hier dieses Team hier fighten. Die sind hier im Haus zu dritt. Warte mal, im Turm ist der. Ich hab die gedingst. Die müssen weg, die werden jetzt richtig hops genommen. Oder auch irgendwie gar nicht. Die müssen aber eigentlich da weg. Ich hab leider kein Dings mehr. Keine UAV. Eine ist da drinnen. Sind die raus? Ne, die sind da unten. Ich hab einen Nock. Er hat sich geselfed. Was? Dreht sie? Dreht sie ja von uns. Einer ist hier, der will weg. Not happening, though. Ach, das geht's nicht. Ich bin schon woanders. Lass mal, lass mal einfach jetzt zusammen rumlaufen. Aber noch Flares. In dem Haus da war noch was. Rechts war auch noch, rechts auf dem Dach ist auch was. Da lag noch eine Flares. Hier, lass auf das Haus gehen. Da war aber einer oben drauf. Lass einfach hier zusammen. Komm. Hast du Spezi-Bonus? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich weiß auch nicht, wie man hier raufkommt. Die sind auf jeden Fall über uns. Hinter mir? Hinter mir, hinter mir. Der ist weak. Nice. Ist noch was on me? Der war gut, pass auf. Hinter mir ist er mit dem Nock. Er finischt mich, er finischt mich. Nein, was ist da? Oh, danke, danke, danke. Hast du wieder diese? Haben wir die nicht gewidmet? Ja, ne. Die sind halt immer wieder da, die ganze Zeit. Ganze Map schießt auf mich, warte. Ich auch. Den Himmel beobachten. Ich hab wieder einen noch. Oh, er ist tot. Ja, das ist immer noch. Drück dich raus. Ich kann dich nicht. Drück dich raus. Nein, jetzt sterbe ich wegen Flair. Warte, ich krieg ihn. Ah. Sterbe ich jetzt hier durch? Okay. Wie lebe ich eigentlich noch? Ahnung, hier sind Sachen links. Ich hab keine Smokes mehr. Lass uns irgendwie versuchen, in das Haus wieder zu kommen. Hier. Die Feiten über uns. Komm mit, wenn du kannst, hier schnell. Dann hier unten rein. Hier unten ins Haus. Das auch. Ich würde aber von dir... Nein, 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 Chris, ich bin abgeschossen. Oh mein Gott, mein Gott. Ein Sheetcrack. Komm. 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 Komm hier hoch. Mach einfach keinen Step. Geh einfach. Die sind jetzt nämlich hier. Ich seh nix. Die sind die bitte? What the fuck? Greff hier mal ne Dingsbox. Geh hier hoch. Gegenüber ist, glaube ich, was. Da ist was. Von ganz links. Nein, MD. Pass auf. Einer ist hier. Was? Die sind da auf jeden Fall immer noch auf dem Dach irgendwo. I don't know where. Nice. Einer ist hier unten. Von hier auf dem Dach. Komm mal eins runter so. Da bleib du oben. Ich geh kurz hier eins runter. Dann kann ich besser die Typen hinter uns killen, ohne dass wir von überall abgefuckt werden. Da hinten ist einer. Alter. Da muss jetzt gleich wieder landen. 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 Und wieder noch. Wird aber gerestet werden. Wie sterben die nicht? Hier unten ist was. Ja, komm zu mir hier. Pass auf. Wir können überall welche sein. Ja, wir kommen noch welche in unser Haus. Die sind welche in unserem Haus. Die kommen jetzt hier. Ich höre sie steppen links. Und unten. Die sind unten. Die kommen jetzt bei dir oben. Die kommen jetzt die Treppen hoch. Nice. Muss ich kurz playen. Nice. Der letzte ist da hinten. Der eine macht hier self. Der eine muss hier in der Ecke sein. Nice. Der hat ein neues Team. Neues Team noch. Ich glaube der hat einfach nur self oder? Ich höre die. Ich höre die steppen. Ja. Kurz zu dir. Freunde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Geht in die Sicherheitszone. Okay. Äh. Komm her. Wir kommen mit. Wir gehen hoch. Ich steppe noch irgendwo jemanden die ganze Zeit. Sind die oben? Ist halt nicht. Ne. Gegenüber ist was. Gegenüber. Gegenüber. Hab einen Knock. Wir sind nicht schlecht. Wir werfen uns hier ein Dings hin. Ich hab noch einen Knock. Lass rüber. Lass rüber. Lass rüber. Wir müssen rüber. Jetzt. Jetzt. Ich hab irgendwie noch einen Knock. Ich weiß nicht wie. Die sind jetzt hier rechts. Er macht unten Res. Runter. Runter. Er ist hier irgendwo. Er ist hier on me. Okay. Oh. Wie oft ich schon gestorben wäre. Noch mehr unter uns. Ja. Wir sind ja erstmal gut. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone ist markiert. Was? Haben die hier irgendwas? Res. Weste. Haben die hier irgendwie sowas wie eine Muni Box oder so? Spezi Bonus ist hier. Anzerknacker. Wir können hier wieder aufs Dach eigentlich. Ich hab dann da nochmal hoch. Ja. Ja. Unter uns ist was. One Shop. Auf links. 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 Ja. Da ist auch noch ein Shop neben uns. Ich kaufe mal was. Auf links. 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 Nach links. Schnapp ihn dir. Er ist hier glaube ich. Schnapp ihn dir. Irgendwann auf Serena. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Er ist hier drinnen. Schnapp ihn dir. Hier drinnen im Raum. Oh er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Schnapp ihn dir. Bereit zu traden oder damit? Schnapp ihn dir. Wie wie traden? Ich kann dich doch da nicht traden. Ach so. Ich dachte du kommst jetzt hoch Hä? Hä? Hä, warum ladest du nicht? Okay, egal. Ja, scheiß doch. Das war jetzt ja voll dumm. Nein. Ich habe 38 Kills gemacht. Alter! Ja! Du meinst, ich soll ihn jetzt schnappen? Ich soll hochgehen. Ja, ich schnapp ihn dir halt so. Hol den Kill. Aber ich kann dich ja nicht traden. Wir müssen ja nur eine Leiter abheben. Der war ja sogar hinter uns. Nein, ich meine es okay, du ihn. Genau. Da bin ich halt nicht traden. Egal, nicht stimmt. Zillt. Kyle Kane, danke für 47 Monate mit Rhyme. Mir geht es ganz gut, ich hoffe, dir auch. User, danke noch für zwei Jahre. Und Sari, danke für neu. Geht. Boah, das ist so free, ne? Die Lobby war so free. Die Lobby war so free. Das ist halt deutsche Lobby, ne? Komplett mit... Ich habe nicht mal gute Ping. Weiß ich. Ja, das muss gar nichts machen, einfach. Amos ist so geil. Das ist deins. Auch erste Runde, wo Sirena, wo du nicht diskodekt bist. Yay. Yay, guck mal, ich bin der Ziss, die ich gemacht habe. So ist die...